So, Sattel, Sattel, Weizen, das, 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 Truhen bleiben hier, Pürbis kommt mit, Holz bleibt mal hier, die Fäden kommen mit, Tintensäcke, Leder, ich weiß, Leder kommt mal mit, Schilder haben wir hier nicht mehr so, bleiben sie mal hier drin, Pfeile könnte man mal mitnehmen, Tintensäcke haben wir doch hier drin, oder? Ne, dann lässt es dort oben, gut, das Pfeile kommen hier rein, das kann da auch noch hin, Close-Down, kommt mal hinten hin, äh, haben wir noch Pfeile, ne, ne? Dann kommt das mal alles hier oben rein, da kommt, hier kommen Samen hin, da kommen hier, ja, ach, wieso öffne ich die ständig und schließe wieder? Kartoffeln und Karotten, so, hier kommen noch die Fäden hin, Verrott, ach, hier haben wir noch Pfeile, hier, das kommt mal mit, ach, wir haben noch welche hier, Sprengpulver noch, ich weiß nicht, das Sprengpulver irgendwie immer, Sonst haben wir nichts, ne, Körbis haben wir noch, haben wir dann noch nicht, ne, haben wir noch nicht, komm mal hier rein, hier war nur Eisen, da tue ich mal die Hälfte weg, hier, ja, das kann eigentlich alles so bleiben, Redstone, das, gut, und was haben wir hier noch drin, nichts, das ist auch hervorragend, und den letzten Sattel tue ich ja auch mal rein, obwohl, die könnte man eigentlich auch da hin tun. So, Dornen 1, das ist das Buch und so, das kommt jetzt auch mal da hoch, hier kommen dann Pfeile hin, hier hinten kann eigentlich Holz hin, das Holz werden wir noch brauchen, da will ich ja noch was machen, ich muss ja mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft, Pfeile brauchen wir eigentlich nicht, ach, ich lasse mal hier, so, Bogen wegen mir, so, Essen brauche ich mal wieder Neues, ne, das Brät noch, haben wir ja noch was, wir hatten doch ja immer was, haben wir nichts mehr drin, müssen wir tatsächlich immer oben in unserer Essenskiste gucken, Ach ja, da haben wir doch noch genug. Hä? Zombie-Pigmen gespawnt, ja, die spawnen ja hier im Nether-Portal immer. Na? Ach ne, der ist von unten ja hochgekommen, weil der im Portal stand. Wenn die ja hier spawnen und da reinlaufen, dann sind sie ja gleich weg. Deswegen kann es nur so sein. Sieht schon geiler aus, hier mit der Wiese, ne? Hinten ist vielleicht noch ein bisschen, aber naja, muss ja nicht immer so gleichmäßig sein, ist ja in der Natur auch nicht so. Brauchen Erde, oh. Wieder in die Kiste rennen, nehme ich mal 64 mit. Ach, wir haben ja noch eine Kiste, da hinten im Wald. So, wir haben ja noch das alte Schwert, hier ist natürlich auch noch Gezuppelt drin, ohne Ende. So, sieht schon geil aus, ne, mit dem Balkon da. Aber sollten wir vielleicht mal stützen, den Gloss, da mit Zaun. Und ich mache jetzt auch mal die Monster aus, ganz kurz. Oder? Ich baue mich hier einfach mal hoch. Ich weiß gar nicht, machen wir das dann, na, das machen wir nur bis da. Und da kommen natürlich wieder Bretter hin. Ja. Sehr schlau. Nein, da kommen Bretter hin, Mann. Ein bisschen Holz sparen hier. So viel haben wir davon auch nicht. Da müssen natürlich auch noch Fackeln dran, dann mache ich mal hier. Und da, zack. Da sind ja auch welche dran und hier müssen wir auch noch rüber. Ja, das wird jetzt ein Spaß, da darf man nämlich nicht aufs Feld fallen. Ich glaube, da baue ich ja einfach mal so einen Kackrand. Ich weiß nicht, ah, ne, das reicht noch nicht, wir brauchen noch mehr. Also hier von dem Baugerüst. Da kommen wir nicht mehr hin. Boah, ich habe einfach mal alles zu. Da kommen wieder die Nachbarn und wollen wieder mein Geld klauen. Wir haben gesehen, dass ich viele Diamanten habe. 20 sind jetzt ernst der Hammer, aber für die natürlich mehr als ihnen zusteht. Warte mal. So. Diesen Warte mal, habe ich mir auch so angewöhnt. So, so ein paar Sprüche, wenn man... Es spricht jetzt... Ist da noch ein Spruch oder so? Ist ja gar nicht mehr lustig. Da hinten haben wir nichts. Reißen wir hier mal... Ah, ne, das mache ich so. Sammeln wir natürlich alles wieder auf. Ja. Runter fallen wir natürlich auch immer, das ist unser Service. Und da oben müssen wir auch noch zubauen. Und naja, ich hole erstmal mein Zeug wieder. Natürlich. 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 Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. So Wären wir hier nämlich auch mal fertig Irgendwann Hoffentlich Ne, da nicht Da nicht Da schon er Mann, dieser Zombie Oh, es ist ja nicht nur der eine, es sind ja mehrere Ach, komm Weißt du was, den hole ich mir mal Mit diesem Frank Ach du Scheiße Wie lange nehm ich nur auf? Das ist ja heute mein Rekord So, da verfolgt uns natürlich jetzt noch, jetzt hab ich auch einen Drang der Schwäche Mist Oder hab ich den, ja Ah, nur, nur ein bisschen, nicht lange So, nein, nein Hilfe Jetzt der Rahmen abgeflogen Frauen sind ja noch instabiler Instabiler als Fackeln Mann, 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 ihr nervt mich Ich glaube, ich schraube die Sounds mal ein bisschen runter Ich kann das jetzt hier nicht flicken Muss mal wieder mit Knochenmehl drüber Und das kann man erst, wenn hier Gras gewachsen ist Natürlich nur ein Gravel Ich lass das jetzt mal da Ich mach einfach Erde hin Na super Ich komm nicht rein Ich kann mir nichts machen Und die Axt will ich nicht verschwenden dazu Ich nerv mir nicht Geh ich eben mal rüber zu unserer Bastelkiste Und mach mir da mal ein paar Schwerter Ich hab nichts Lass mich in Ruhe Nein, nicht so ein Baby Mach mich verrückt So, ganz schnell jetzt hier Zack, zack Nein, ein Schwert Ein Schwert Ein Schwert Kann ich mal mein Eisen wieder aufnehmen? Nicht mal dazu hat man Zeit Ich hab den Baby Zombie gerade gehört Hier ist er Rüstung geht noch Hier müssen wir mal das Essen Drei Endermen Komm mal her Einen wenigstens Nicht schon wieder ein Zombie Der hat's weg teleportiert Ja Einen schlaf noch Komm Der andere soll jetzt nicht aggressiv Nee Verdienen wir unsere Enderpeilen Jetzt eben mal wieder normal Ohne Plünderungsschwert Ich weiß noch gar nicht Wie lange ich aufnehme 1 Stunde 45 Mein Rekord war ja mal 1 Stunde 45 Aber ich merke schon Letzter Zeit Mach ich nur noch so lange aufnahmen Ich will mal hier eine kurze machen So eine halbe Stunde Vielleicht mal Hatten wir lange nicht Ich weiß gar nicht In welcher Folge wir sind Nein, nein, dann doch wieder 7 Folgen Sind wir schon in 385 Haben wir noch 5 Folgen Kannst du mal für mich den Creeper erschießen bitte? Die schießen ja doch ziemlich Na super Ziemlich oft Und viel Und lange Nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein. Scheiße. Hier könnte man eigentlich auch noch mal ein paar Knochen mehr drüber schicken. 18 haben wir mal. Und jetzt mache ich aber wirklich eine Aufnahmepause. Es geht ja jetzt nicht mehr. Haus ist fertig. Da bauen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Sieht aber geil aus. Ich gucke gleich noch mal. Na, hüpf doch mal raus und brennt. Sie sind dumm. Hoffentlich klappt auch alles mit dem Schneiden. Das ist ja schon ein bisschen länger jetzt die Aufnahme. Na gut, letztes Mal hatte ich auch anderthalb Stunden. Da bin ich noch nicht mal fertig mit Rändern. Vielleicht dann mal nicht so ein bisschen, vielleicht dann mal nicht so hinterher bin. Muss ich ja zugeben. So, ich stelle mich dann mal wieder in unseren altbekannten Ort. Ach, sieht schon mächtiger aus, ne? Also prächtiger. Vorher sah es nicht so aus, aber jetzt geht's doch. Und, er ist zum Dorfbewohner mutiert. Und, komm mal her. Was bietest du mir an? Eine Spitzhacke. Für acht Smaragda. Spinnt wo? Das sind euer Eisenspitzhacke. Wenn er wenigstens Diamantspitzhacke wäre, würde ich ja einsehen. So. Sowieso die Anbote, die müssen sie nochmal überarbeiten. Ich weiß gar nicht, was sich das ausgedacht hat alles. Verstehe ich ja nicht so. Neun Pfeile, behalte ich mal dabei. Ach, schon mal einen neuen Bogen. Lauf ich den mal weg? Natürlich. Ach, komm. Lauf ich den in unseren Keller. Der Bogenkeller. Und, das nächste Mal frage ich mich, warum da ein Bogen liegt. Ja, geh mal raus. Und, ich beende die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.